Hallo, gut. Raus damit. Du bist ein Einzelgänger, also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest, also warum ziehst du nicht weiter? Was kann ich dir sagen, damit du mir vertraust? Es gibt nichts, was du sagen kannst. Vertrauen verdient man sich durch Taten, nicht durch mehr, nicht durch weniger. Gut, ich will mal nicht so sein, weil Danz dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag, du Held? Was ist dein Problem? Ich kann mir keinen Reim auf dich machen. Du kommst aus dem Nichts, schaltest ein paar wilde Gula aus und plötzlich bist du der beste Kumpel von Paladin Danz. Ich weiß nicht, ob du wirklich Teil der Bruderschaft sein willst oder nur die Zeit totschlägst, bis du das findest, wonach auch immer du suchst. Solange du nicht ein paar dieser Aufträge erledigst, werde ich dich im Auge behalten. Also, bist du bereit oder was? Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghoulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Hast du was Brauchbares gefunden? Es ist Schatten stürzen. 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 Cool. Schatten stürzen. 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 Und etwas, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Was glaubst du denn, was ich dafür erwarte? Wer weiß. Deine Wäsche waschen, eine Kugel für dich abfangen, deine Ausrüstung schleppen. Wo liegt da der Unterschied? Ich glaube, dass du mich nicht verstehst. Lass mich erklären, was ich meine. Dann verstehst du vielleicht, wo ich herkomme. Ich habe drei Jahre im Combat Zone gelebt. Es hat nach Kotze und Pisse gestunken. Aber es war mein Zuhause. Ich konnte dort ein paar Kronkorken verdienen, hatte mein eigenes Bett. Und drei warme Mahlzeiten am Tag. Dann kamen die Raider und haben dort alles an sich gerissen. Du kennst sie ja. Nicht gerade. Sanfte Typen. Als sie da waren, musste man ständig aufpassen, nicht plötzlich zusammengeschlagen und ausgeraubt zu werden. Oder noch schlimmer. Ich hatte schnell verstanden, dass ich meine hartverdienten Kronkorken einsetzen musste. Freunde zu kaufen, machte das Leben leichter. Deshalb warte ich wohl darauf, dass du mir deine Rechnung stellst. Verstehst du? Warum hast du so große Angst vorgefallen? Ich will lieber nicht darüber reden. Ich sag dir mal was. Gib mir etwas Zeit, dann überlege ich mir eine Gegenleistung. Ich bin kein reiches Mädchen, aber wir werden uns bestimmt einig. Wozu sind Freunde sonst da? Zug fährt in Minuten auf Platzform. Alles. Bitte zur Runde bleiben. Wie schön. Wie schön. Zug fährt in Minuten auf Platzform. Zug fährt in Minuten auf Platzform. Alles. Bitte zur Runde bleiben. Diese Baustelle hat 0 Tage ohne Unfall geschaffen. Das war's nicht. Boah. Boah. Bauch. Boah. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich hier rauskriegen. Ich weiß nicht, was ich hier rauskriegen. Was kommt nicht drauf? Zug fährt in Minuten auf Plattform. Ich weiß nicht, was ich hier rauskriegen. Also, bist du fertig oder was? Halte ich dafür eine Belohnung? Dems hat mich ermächtigt, dich zu entschädigen. Bestätigt. Genau das wollte ich hören. Hier, nimm das. Wenn's dir nicht gefällt, Pech gehabt. Wir bekommen ständig neue Aufklärungsberichte. Wenn du bereit für eine weitere Operation bist, weißt du, wo du mich findest. Ich bin nicht bereit. Verstanden. Erstmal. Ich erwarte dich wieder zurück, Soldat. Soldat.